Ach, da seid ihr ja schon. Junge, Junge, Junge. So, ihr wolltet meine Werkstatt sehen, das ist er. Das ist besonders wichtig ist natürlich gut das Werkzeug. Hier die Maulschlüssel, das ist das A und O. Diverse Werkzeuge auf der Werkbank, griffbereit. Zangen, Serien, Metall wie Holz und Zangen. Also gut das Zeug. Wo war das jetzt hier? Sprit, Pflegemittel, diverse Sprays, was sind abfettend von den ganzen Kraftstoffen. Weißt du selber, wer keinen Sprit hat, der ist, äh, weiß ich nicht. Ich hab die ganze Scheiße. Ich hab für alles was da. Öl für den Rasenmäher. Für meinen Roller. Scheiße hier. Also, das ist ein Wagen, den hab ich nicht selber geschweißt, aber verändert. Also, wer mich kennt, kennt auch den Wagen, sag ich mal. Wenn ich was auf dem Hof mache, ist das natürlich super praktisch, weil oben kannst du stapeln, wie du willst. Mit dem Rollen kommst du über das Pflaster. Heike verändert, ist auch ein Projekt. Das ist von meinem Opa, dem Udo. So ein altes Fahrrad. Das kriegt der Sveni. Guck mal gleich runter. Oh, warte, das ist schwer. Oh, ja, ja. Scheiße. So, ihr könnt euch freuen, dann nehm ich euch mit. Angesprochen war der Roller, der Karren, was ich gebaut hab. Will ich was verändern, weil unten das Fach ist noch nicht genutzt. Das kommt noch. Das war's von mir. Euch einen schönen Tag. Bis später. . Bis zum nächsten Mal.